Was ist denn da bei den Lager? Ist es nur bei den Lager oder wie? Ja, in dieser Weise, oder? Müssen wir hier rein oder was? Ja, wir müssen da rein Ich habe ja eh ein Waffenlager zerstört, wie es aussieht, oder was? Ach, der schießt die ganze Zeit auf mich hin? Kann ich mit den Winkel Ich mach mit meinem Fahrzeug ganz da verknicken Gegenüber muss Orain sein, aber es muss nicht zu Fuß Geht über die Brücke hier Ähm, meinen sie das Lager hier? Sooo, ich weiß was die meinen mit zerstören Die Kisten Wer ist das? Ich hab mich Mich Und, und da hat er mich schon gestorben Danke, der Kisten Kein Problem Kein Problem Äh, die Kisten müssen wir hier zerstören, diese grünen Leuchten Ach, haben wir schon 6 von 6 deswegen Beweise gefunden Für was? Das darf man ja nie sagen, sind Beweise Du siehst doch selber, siehst du doch für was Ich hab keine Beweise gefunden Ja, die sagen wir ja auch noch suchen Ach so! Guck doch fest, das kann ich nicht Die müssen hier irgendwo sein Ich hab sie gefunden Ach, das waren die Beweise hier, und die Kiste Ach so Wenn du dann kommst du in die Echse, dann sind wir hier noch fertig Ich bin ja noch hart Gioronimooo Pfff SMG Ich seh schon, ich glaube ein Teil dort oben spinnen Jaa Sind wir da überall verschreut hier, oder? Da oben oben, ist das auch ernst Ja, ich seh jetzt auch dort leuchtet's Stimmt in der K... Hier hat doch jetzt auch noch eins? Vielleicht hier drinnen in den Schrank bestimmt auch, oder? Oder machen sie das nie? Nee, Geld Ich häng für immer hier fest Oh... Ich häng hier echt für immer fest Ich häng hier echt für immer fest Guck mal in den Haufen hier Nee, es war ne Waffe Ich hab's gefunden, aber ich komm noch nie ran Ich komm hier nicht mal raus Ach du, ich komm grad oben Ich komm hier nicht mal raus Ich komm hier zurück in die Vor... Jetzt... Oh... Ich dachte, das Spiel wollte mich veräppeln grad Ganz oben vielleicht? War das schon wieder? Jajaja, ganz oben ist es Ich hab's Ich hab... Bei mir ist ein Verkäufer Was will denn der von uns? Das war, äh, die Arena-Sache glaube ich Achso... Das ist was... Das ist was los Der Mauer nach, äh... Tentanus waren... Ja... Das heißt, ob wir jetzt wieder teleportieren oder... Warte mal, da war hier einer! Komm mal mit! Ich... Ich denk... Ich glaub ich hier... Das war klein... Ich denk, das war ein Teleporter-Klau hier hinten Oder hab ich mich jetzt getäuscht? Nee, hier... Nee, hab ich mich getäuscht, oder? Doch das... Hier ist bloß ein Speicherpunkt Ich seh hier bloß ein Speicherpunkt Ja, da hab ich mich voll getäuscht Ich... Ich dachte, da komm ich an dieser... An der Säule, dachte ich erst... Kann vorkommen, Dirk Mach das nie wieder Dort ist einer... Oben! Wurde das nicht auf der Karte angezeigt, wo welche sind? Sollte Könnte Ach, der Sven ist aber schon da Der Spur ist verschwunden? Wer ist denn das gemacht? Sven, fahr mich hier weg! Sven, fahr mich hier weg! Ich hab... Ich hab bloß mal... Ich hab Einbrüche wieder... Ich hab keine Ahnung... Jetzt geht's wieder... Warum bricht denn einer immer bei dir ein? Ich weiß es nicht... Ich hab hier stabil gesehen... Ich weiß es nicht... Ich seh ja keine Bilder... Ich hab fünf oder so... Na gut, fünfe und halb... Nur fünfe und halb... Bin jetzt auch nicht... Aber ich hab... Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht... Ich geh mal kurz gucken... Was das ist, ja? Du meinst... Jägerklasse... So ein Ding... Ich hab's mal mitgenommen... Na! WELL! 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 Was ist denn... WELL! WELL! Oh Achso, sind die Säurekristalle hier wieder? Oder auf das? Aha Ja, bis mal nach Rast irgendwas Ja, ja Ah, hier Au Au Nach New Heaven? Ja, und von Donner aus weiter Dann Old Heaven oder was? Nein Quests abzugeben Ja, in New Heaven aber Quests abzugeben hoffen Nein Wollen wir das gleich mit erledigen oder? Ja, ja logisch, das ist ja Quark wenn wir jetzt... Also gibt bestimmt neue Missionen, wenn wir Glück haben Ja Das ergibt sogar Sinn Ooooo Nee, du bist nicht... ich muss das melden, du bist für den Führerschein nicht... nicht machbar Was hast du gehört? Was hast du gehört? Dann kennen wir das Schiffer Scooter lässt dir ausrichten, er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest Du solltest ihn daraus ansprechen Scooter? Wo bist du Scooter? Das willst du nicht wissen Bist du Scooter? Und? Was haben wir jetzt gekriegt? Scooter Ein Haufen Zeug Was haben wir jetzt... Ja, was für eine... Schrotflinte Was ist los in deinem Zeug? Wofür haben wir das gekriegt? Glaub ich, wo ich jetzt die voll Oh Oh Wir haben... ich hab... wir haben ne äh... Ich hab ne goldene äh... MG gefunden... bekommen Oder war nicht die golden Hä, golden? Echt jetzt? Was machen die an Schaden? Wie echt golden oder was? Nein, da machen wir äh... 74 83 83 98 Plus 37... Plus 37... Magazingröße 86 Ne 48 Da haben wir dann den Scheiß immer gut Ich kenne hier jeden... Wer etwas will, der kommt zu mir Fäckern Sie bitte zu viel Geld in der Tasche Von jemand anderem... Taucht ihr auf was? Oh, wie super Warte, warte mal... Hier musst du doch einer um was an... Hier sind doch noch zwei... Sprechblasen dort Der Doktor, oder? Da ist doch der Doktor da drin Ich hab hier so ein Brandartefat für Jäger Aha Was machen? Ich hab ein Mediket-Deck Ich weiß, dass du mein Mediket-Deck hast Jaaaaaa Ich hab ein Mediket-Deck Ich muss noch was verkopen Und was hab ich jetzt für... Was hab ich jetzt für... Was habt ihr für SMG bekommen? Ja, plus 1000... Das war ja so... Oder 50 Dicke Ne, was ihr für eine bekommen habt? SMG oder MMG? SMG SMG Wie SMG Wie SMG Ach, wie du, ähm... Was ist das? Was ist das? Und tut du? Ich hab ne MMG gekriegt Nein, auch ein SMG Für das abschließende SMG-Mission Warte mal, muss ich mal gucken... Wie heißt die? Willst du den Namen zufällig? Hallo KKA 340 Meine heißt anders, meine heißt... KKA 22 Ich hab se, äh... 65 Schaden und 28 Magazin-Größe Ne... Ne... Ich hab auch 28 Magazin-Größe So, KKA 12 heißt meine... Heißt die Steel-Prüser? Er-Prüser? Ja, Prüser Ne, Hellfire hab ich Bei mir ist das Steel SMG Ne, ich hab Hellfire Ich weiß nicht, ob das die richtige ist eigentlich... Ist aber ne blaue, ne? Äh... Ja, 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 glaub ich Meine ist gelb Ja, da hast du gute... Orange ist eigentlich das Beste eigentlich... Dann eben orange... Dann hab ich keine gelbe, dann hab ich nur orange Da oben ist ja noch ne Sprechblase hier, oder täusch ich mich? Kann man sich das auch ändern? Wie denn? Was denn? Was denn? Sprechblase? Ja, guck mal unten, die... äh... Aufträge Ja... Ja, das ist hier, das Ding Ist wohl das hier, oder was? Das ist das Info-Gerät Ah... Die Questa war einer dabei, die haben's ja wieder angenommen Mh... Was meinst du noch mit ändern? Den sie mir gibst und ich geb dir ne schlechtere Ne, die kannst du nie ändern, die Farben Was für mal ist das? 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 Wer ist verlohn? Vernünftig! Ich geh mal zum Telefotter Ich geh mal zum Telefotter Schein, ich geh mal zum Telefotter Ich seh dich aber! Gott bist du! Gipps doch Was ist denn das für Rotze, ey? Wo ist Rotze, ey? Aber ich dreh dich nicht rein Ich bin... Auf Äh... Was ist mit denen hier hinten? Hast du mit denen mal geredet? Nee, ich probier Kann sein, das kann sein Ey... Ruf einfach an, wenn er mich mal raus Ja... Der hat noch einen Off-Truck für uns Nimmst du an? Ja, hab ich gleich gemacht Das ist gut Sag bereits, wenn ihr Bescheid sind Da geht's nach Teacher Lawing Ich weiß doch nicht, ob es auch noch einer Habt ihr einer mit denen geredet, hier oben? Mach mal Mit denen geht's glaub ich nie, oder? Nee, da hast du bloß den Ort Warum hast du denn den Ort? Weil er nicht mag? Dieses Geld liegt hier rum und du hast den Ort Den Ort, wo Geld so rumliegt, hasse ich nie Können können Hm Irgendwie hab ich... Irgendwie hab ich halt nie Weil das Internet... Probleme Internet... Probleme? Ja, weil... Hast du mit dem Hintergrund was offen? Ich habe... Ich habe nie... Ich habe nie... Ich habe nie was offen, wenn ich spiele Hast du das Spiel... Hast du das Spiel offen? Nee, ich habe... Nee, ich habe nie was offen, wenn ich spiele Und das Spiel? Das ist kein Obi, das ist ein Punker Nee, weil... Nach der Knie war's offen Das heißt, das ist... Wenn ich spiele Das ist mit den Obi da drüben Das ist kein Obi, das ist ein Punker Ach, ich nehme mich auch Ich konnte... Ich konnte ihn ja ansprechen Tataru Spation Ja, ich habe... Tataru Spation Tataru Spation Wieso nicht irgendwas mit Tataru... Äh... Waren oder so? Tataaa Nee, sei irgendwie hier Heißt, hier ist ein Tataru... Hörts wie Spinnen fasst an, oder? Tataru Spation Tataru Spation Ich geh mal auf Eva Wir machen jetzt ganz kurz mal... Du willst schon drücken, dass du mal erst guckst Nein Wirst du nie mal gucken bei dir auf... Also, ist hier hier... King... Kingkiller? Ist hier nie Ist hier nie Säurikristall-Ernte? Ist hier nie Ist hier nicht Ist gar nichts hier Ähm... Die hier auch nicht? Gar nichts, siehst du hier Wieso nie? Seh hier nichts Ist das nie... Ist das die Old-Häfen oder Nu-Häfen hier drüben? Wie ist das hier? Das ist Tataru Station Was ganz anderes Das ist Old-Häfen Ach, wir springen jetzt mal dort rein Ach, wir springen jetzt mal dort rein Komm, wir machen jetzt mal hier Station Egal Nur schnell! Ich hab kurze Beene Beene sagt er dazu zu den Sauerkraut-Stampfern Im Sauerstoff... Sauerkraut-Stampfer Sauerkraut-Stampfer Was sind das? Atombatterien für die Power Ist das die andere? Die Schwester von der Gesichtslosen Dr. Patricia Tennis Oh, meins Meins Hat das jetzt jemand weggedrückt? Nein Nein, ist ja in Erklärung wer das ist Achso Dann Sind die alle verwandt? Die mit der Hälfte des Gesichts Die andere und die Helene war da auch saloso aus Hey, du siehst aus als würdest du auf Experimente Nein, ich stehe nicht auf Experimente Ja, Lüge